Moin und Willkommen zurück bei BellRide So, ganze Lädchen noch ein bisschen, deswegen ziehen wir da noch kleine Ruckler So, ich habe hier einen Rennenofen, bin auch dritten neben, ok So, ich habe hier noch einen Rennen, aber ich habe hier noch einen Rennen Oh, das ist richtig, aber Die Klinge tropfen wir noch nicht. Das war auch ganz schön lange, das Game hier, um sich mal zu beruhigen. Da war die Performance die letzten Male deutlich besser. So, das ist auf jeden Fall gerade nicht wirklich spielbar. Ich wusste auch nicht, dass ich viermal zugeschlagen habe. Ich wusste auch nicht, dass ich nicht so gut bin. Oh Jetzt hat es sich einigermaßen beruhigt Dann packen wir sie erstmal da rein Und dann packen wir sie Es gibt tatsächlich mal Schnee. Vielleicht hat der Laden deswegen so lange gedauert. So, ich will jetzt nochmal probieren, ob ich die Münzen loswerden kann. Okay. 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 Das ist aber doch auch schön, wie der Solles so nach und nach weiß wird. Okay. 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 Die wollten jetzt alle nicht mit mir sprechen. Oh. Okay. Don't try anything stupid. Yes? Is there something brought? Or are they just left? Just left. I apologize for being blunt. If there is anyone who could help him out with some things, you look like you could use some help yourself. Oh, it's very difficult to find out who is the person who wants to talk about it. Oh, you're just the person I was hoping to run into today. My wife, bless her heart, has been pouring over one of them. Oh, it's not that hard. Alter Schlags! Ahem. Oh, 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 oh. Sollte ich ja eigentlich meine 15 Steine Bei welchem alten Brunnen eigentlich? Ahem. Musik Eine Siedlung soll überfallen werden, ne? Musik 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 Acht Holz, aber eine Riemen Ich stelle euch dem Riemen her Er hat es reingeschneit Kampfs Untertitel Musik 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 Vielen Dank. 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 Oh. 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 Ah! Ha! 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 Das war's für heute. Shit. Drei gleich. So, was machen die jetzt? So, was machen die jetzt? Ja, die haben nichts mitgenommen. Also, nicht dramatisch. So, was machen die jetzt? Der Lobo mir wird ja bald aufstehen. So, was machen die? So, was machen die jetzt? 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 Tja, 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 Tja... Einmal die Katze streicheln Hello You find them? Brilliant, best get to work on the treatment right away, so Here, take this for your troubles If I get better, I'll build you anything you want, free of charge Mein Schmuck schmerzt. Ich bin zu schlussig. Gehen wir. Hallo! Raumstämme 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 Jetzt kommt es zu klein. Ich habe nicht viel Zeit. Also wenn du etwas brauchen musst, mach es schnell. Du machst es? Was ist das? Ja, das hat trotzdem nicht geklappt. Das ist ärgerlich. Die Gäste haben wir wirklich zu tun, um die Wolken zu töten? Das ist es. Niemand hat das. Er war nur für das, ich bin froh, um dir zu helfen. Aber du hast mich zu helfen, um den Lord von den Lowlands zu töten? Nein, ich wollte nur sehen, wie du... Wenn du wirklich willst, wir beginnen mit den Leuten. Die Lowlands sind in eine schwierige Situation. Und es gibt viele Leute, die da sind. Ich möchte etwas tun, um es zu tun. Aber nicht sagen Dobron. Die ist nicht ganz einverstanden mit dem Ältesten. Worst... If you hold up your end of the deal, maybe... He's the one who's ta... Everyone except me, of course. Before we begin our work, I want to know more about you. You've come to our village from Worcesterfield of all places and surprised us all, but why? I see. Well, I hope we can help each other. Anything else? So, I've been thinking about ways we can make fools out of the... I've formulated a plot that will scramble their tiny brains. If you're interested, of course. The brigands are dangerous because they're well-organized and they... I've taken something valuable from one of them. A token. And I happen to know where they keep their secret stash. Where they hide loot from their leaders. Place the token in... Keep going. Keep going. Let's see what he's offered here. Let's see what he'll offer... Let's see what he offers... Let's see what he looks like... Alles ist im Moment nicht so interessant. Guck mal, dem reicht das schon. Hier ist ein Kopf-Jährungs-Piefer. Hier ist ein Kopf-Jährungs-Piefer. Na gut, komm, dann gehen wir mal. Ich habe gar nicht genügend Arbeit für zwei aktuell. beim letzten mal hatte ich zu viel arbeit jetzt habe ich zu wenig arbeit mal gucken ob ich erst mal das christliche hier noch erfüllen kann wollen hier kommt so dunkel nur wo mir ist unzufrieden wie kann ich das denn ändern oder liegt das daran dass er schon wieder k.o. gegangen ist was no backing down now Das war's für heute. Was ist das? Ah, nein, ja. Ja, ja, ja. Wer liest der noch, oder was macht der? Meine Bücher anschließt ich mir leider auch noch nicht ganz. UNTERTITELUNG 2 Steine, 6 Holz Einen Webstuhl können sie mal machen Theoretisch auch, dass wir euch ja bestellen Es ist Zeit, um zu verlieren Oh 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 Lesen dauert scheinbar ein bisschen länger Oh Oh Ich brauche hier ein kurzer Barren Oh Oh Das war ein fertiger Barren. Da hab ich jetzt nicht drauf geachtet. Okay, wir haben hier noch sechs Volts. Okay. 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 Good job. Gibt's auch nicht. Okay. So, und da suchen wir uns jetzt raus. Zinnbarren. Kupferbarren. Oh. Ah. Oh. Der Webstuhl. Ich brauche natürlich nicht mehr Platz Oha, alles einzeln erforschen Gehen wir mal zum Lehm Brauche ich mal, dass das funktioniert Na ja, an anderer Stelle Was legt der damit? Ich glaube, der Bank da auch Das hilft, es heilt die göttliche Kraft! Das war's für heute. So, auf jeden Fall noch mal ne Kiste für alles. So, auf jeden Fall. So, auf jeden Fall. So, auf jeden Fall. So, auf jeden Fall. Oh Gott, der hängt mal wieder fest. So, auf jeden Fall. 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 Okay, ich kann also auf jeden Fall schon mal etwas herstellen. Ah ja. Einfaches Spiel. So, dann macht mal. Brauchen wir es nochmal. Können wir auch nochmal Zähne machen. Wassersammler. Holz und Lehm. Darf jetzt überhaupt nicht gehen? So. Ja. Aber hierfür brauche ich Riemen. Wo kann ich denn Riemen herstellen? So. So. Vielen Dank. Riemen Werkzeugmacher. Der ist hier aber noch nicht dran. Riemen Werkzeugmacher. Hm. Der sieht so aus, als wenn er zuguckt, aber der macht ja wahrscheinlich was. Okay. 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 Ich würde sagen, für heute reichts. Wird doch ein bisschen mehr passiert, als ich anfangs dachte. Oh Gott. ein bisschen was geforscht, ein bisschen was aufgebaut ich mach's mit, ich mach's drauf mit, ist gut, ich kann mal da hängen Ich würde sagen, die anderen sind zu zweit, das sollen sie beschroffen, wa? Oh, was ist das denn? Was ein Zufall Lass ich mir doch eben nochmal die 8 Holz holen Nein, 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 das mach ich beim nächsten Mal Jo, also, wenn euch das Spiel gefällt, schreibt es mir gerne in die Kommentare Lasst gerne ein Like da oder auch ein Abo Und, ja, wenn ihr mögt, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder Bis dahin, vielen Dank fürs Zusehen Ciao Bis dahin, vielen Dank Bis dahin, vielen Dank Bis dahin, vielen Dank Bis dahin, vielen Dank